Wir haben es satt, wir haben die Ohrenmieten satt und wir haben satt verdrängt zu werden, unsere Nachbarn zu verlieren, unseren Späti zu verlieren. Auf all das haben wir keinen Bock mehr. Deswegen sagen wir keine Profite mit der Miete. Das Toren auf der Yacht Nach neuem Betongold Statt als Beutel ist Das Geschäftsmodell Geschäfte mit Immobilien Ich bin ein bisschen mit der Miete Ich bin ein bisschen mit der Miete Ich bin ein bisschen mit der Miete Alleine machen sich ein Schmeißen sie nicht raus Nachbarinnen sind schon weg Wer wird die nächste sein? Soziale Netzwerke Gewachsene Kiezkultur Alles wird zerstört Bewohnerinnen werden jetzt zur Miete wählen Statt von unten, die sind Kiez Korti und Tau Ein Rettstoffstatt für alle Und nicht dafür die Rettung Bedingung ist kein Naturgesetz Keine Profite mit der Miete Keine Profite mit der Miete Keine Profite mit der Miete Nein, nicht mit uns. Eine große Lüte mit der Lüte. Liebe Freundinnen, heute hier mit uns auf der Straße. Wir haben heute schon mehrmals gehört, dass die Misere der Wohnungswirtschaft ist das System. Wir haben ein Problem mit dem System. Leute, die sich die Taschen vollstopfen mit unseren Häusern und versuchen, so viel Profite wie möglich zu erwirtschaften. Wir haben heute schon mehrmals gehört, dass die Taschen vollstopfen mit unseren Häusern und die Taschen vollstopfen. Wir haben heute schon mehrmals gehört, dass die Taschen vollstopfen mit unseren Häusern und die Taschen vollstopfen.